Der Riese ist erwacht. Zuerst ist es nur ein lautes Grollen im Berg gewesen, doch dann spuckt der Vulkan die Aschewolken im hohen Bogen aus. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der Ätna ausgebrochen. Wieder einmal. Und so wirft der Regen dicke schwarze Klumpen Staub auf Autos, Häuser und Straßen. Aufräumarbeiten sind in vollem Gange. Das Gelände des Flughafens von Catania ist so stark mit Asche bedeckt, dass der Verkehr eingestellt werden muss. Der Zivilschutz ruft Alarmstufe Orange aus, die zweithöchste Warnstufe. Der Ascheregen ist auf die Start- und Landebahn niedergegangen. Über größere Schäden und Verletzte gibt es bisher keine Information. Der Ausbruch hängt laut Experten höchstwahrscheinlich mit einem Seebeben unter dem Meer zusammen, das vorher aufgezeichnet wird.